Für die Auswanderung nach Neuseeland gibt es verschiedene Visumkategorien. Die gängigsten sind Das Arbeitsvisum. Dies ist die häufigste Visumskategorie für Ausländer, die in Neuseeland arbeiten möchten. Es erlaubt ihnen, für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Beruf zu arbeiten. Es gibt verschiedene Arten von Arbeitsvisa, darunter Visum der Kategorie Qualifizierte Migranten. Dieses Visum ist für Personen gedacht, die ein Jobangebot in Neuseeland haben oder die über die Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen, um eine im Land gefragte Stelle zu besetzen. Siehe auch unser Video dazu, Auswandern als Handwerker nach Neuseeland. Work to Residence Visum Dieses Visum erlaubt es ihnen, für eine bestimmte Zeit in Neuseeland zu arbeiten und anschließend ein Aufenthaltsvisum zu beantragen. Tempoäres Arbeitsvisum Dieses Visum erlaubt es ihnen, für einen kurzen Zeitraum in Neuseeland zu arbeiten, in der Regel bis zu drei Monaten. Essential Skills Work Visa Dieses Visum ist für Personen gedacht, die ein Jobangebot in Neuseeland haben, für das Qualifikationen erforderlich sind, die im Land Mangelware sind, wie Pflegekräfte und Handwerker. Um dieses Visum zu beantragen, müssen Sie ein Stellenangebot haben und die für die Stelle erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen mitbringen. Visum für Arbeitsaustausch Mit diesem Visum können Sie in Neuseeland arbeiten und erhalten im Gegenzug ein Arbeitsvisum für einen neuseeländischen Staatsbürger oder Einwohner, der in Ihrem Heimatland arbeiten möchte. Aufenthaltsvisum Wenn Sie ein Jobangebot in Neuseeland haben, kommen Sie möglicherweise für ein Aufenthaltsvisum in Frage. Dieses Visum erlaubt es ihnen, dauerhaft in Neuseeland zu leben und zu arbeiten. Unternehmervisum Dieses Visum ist für Personen gedacht, die in Neuseeland ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Es erlaubt ihnen, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten und auch andere zu beschäftigen. Um dieses Visum zu beantragen, müssen Sie einen Geschäftsplan vorlegen und die Voraussetzungen für das Visum erfüllen, einschließlich eines Mindestbetrags an Kapital, das Sie in Ihr Unternehmen investieren können. Investorenvisum Dieses Visum ist für Personen gedacht, die in ein Unternehmen oder eine Investition in Neuseeland investieren möchten. Es erlaubt ihnen, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten und auch andere Personen zu beschäftigen. Um dieses Visum zu beantragen, müssen Sie ein Mindestinvestitionskapital vorweisen können und einige weitere Voraussetzungen für das Visum erfüllen. Start-up Visum Dieses Visum ist nur für Personen gedacht, die ein Unternehmen in Neuseeland gründen wollen und eine einzigartige Geschäftsidee haben. Um dieses Visum zu beantragen, müssen Sie einen Geschäftsplan vorlegen und die Voraussetzungen für das Visum erfüllen, einschließlich eines Mindestbetrags an Kapital, den Sie in Ihr Unternehmen investieren müssen. Investitionssummen sind unterschiedlich hoch und werden mit der Einwanderungsbehörde direkt verhandelt. Silver Fern Visum Dieses Visum ist für junge Leute gedacht, die bis zu zwei Jahre in Neuseeland leben und arbeiten möchten. Es erlaubt ihnen, in jedem beliebigen Beruf zu arbeiten und auch durch das Land zu reisen. Es gibt auch ein spezielles Visum für Rentner in Neuseeland, das Retirement Visa. Dieses Visum ermöglicht es Rentnern, nach Neuseeland auszuwandern und dort dauerhaft zu leben. Man muss mindestens 65 Jahre alt sein, über ein ausreichendes Vermögen verfügen, um seinen Lebensunterhalt in Neuseeland zu bestreiten. Das Vermögen muss mindestens 500.000 New Zealand Dollar betragen, das sind etwa 275.000 Euro. Man muss eine Krankenversicherung für Neuseeland nachweisen und einen gültigen Reisepass besitzen. Ein Schnäppchen ist, das nicht, aber man lebt am Ende der Welt. Das Retirement Visa ist zunächst für zwei Jahre gültig. Nach Ablauf der zwei Jahre kann es um weitere zwei Jahre verlängert werden. Nach insgesamt fünf Jahren Aufenthalt in Neuseeland kann der Antragsteller eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Die aktuellen Bedingungen für das Retirement Visa finden Sie auf der Website der Neuseeländischen Einwanderungsbehörde. Einige zusätzliche Informationen zum Retirement Visa Das Visum ist nicht an einen bestimmten Job oder eine bestimmte Region in Neuseeland gebunden. Der Antragsteller kann sich in Neuseeland frei bewegen und arbeiten. Das Retirement Visa ist eine gute Option für Rentner, die nach Neuseeland auswandern möchten. Es bietet ein hohes Maß an Freiheit und Flexibilität. Working Holiday Visum Dieses Visum ist für junge Leute, die bis zu zwei Jahre in Neuseeland arbeiten und reisen möchten. Es erlaubt ihnen, in jedem beliebigen Beruf zu arbeiten und im Land herumzureisen. Fragen zur Höhe der Investitionen können wir hier nicht pauschal beantworten. Die Summen gehen von, bis und sollten direkt mit der Einwanderungsbehörde Neuseelands besprochen werden. Ein Link ist in der Beschreibung unten. Danke für einen Daumen hoch. Danke für einen Daumen hoch. Vielen Dank.